jetzt haben wir noch mal ein schiffchen beim deutschen abend hellbringer wie geht's dir johnny den typ 36 b vergleich 61 km h 62 ein tick langsamer 12 7 5 stück 12 7 dafür mehr flack mir geht langsam die stimme flöten weil ich hier dauernd am dauerlabern bin aber also 19 36 b hat der auch flack ist das gleiche 32 oder wenig zwei zentimeter flack 20 mm 20 m 343 gut ist ein gleiches br von daher unterscheiden die sich nicht mehr wobei wie ein paar mal gesagt der server br blablabla auch hier haben wir das problem dass wir uns einmal durch kaufen müssen dass wir sagen können kauft doch einfach mal alles herzlichen dank für den host danke für den host hier geht's das wurde gespielt mir geht langsam die stimme flöten ich bin müde ich wollte einen stream und dann kommt hier das server und dann denke ich mir gut ich habe jetzt schon die letzten drei verpasst dann nimmst du den jetzt halt mal geschwind weg aber wir sind fast fertig wir sind schon bei einem schiffchen danach dürft ihr noch mal einen wunsch für was spielen ihr habt spaß auf dem dev server gemacht ich gehe hier gerade schiffchen für schiffchen durch und gucke einfach wie die sich verhalten munitionen hohexplosiv hohexplosiv diese sind gleich die haben auch das sind die 37 eigentlich plus möchte keine andere gesehen heige danke für den host und eine wunderschöne gute nacht wünsche ich dir habe etwas übersehen zu kaufen jetzt es gibt wieder die normale die mit basefuse und hier haben wir 37 kann mit panzerbrechenden munition ok das ist interessant optisch gucken wir uns da noch mal genauer an ok der tun da hängt oder auch nicht ohne zwei hinten zwei und einer in der mitte haben die alle also ich habe es beim anderen gerade nicht gesehen ok secondaries könnten die 37 mm sich mal bewegen ich möchte schießen sind die wort ach das sind die zwillings geschütze an der seite jetzt und der glatte durchschüsse könnte das ding mal sterben jungs es wird peinlich peinlich spart ja einen schönen abend wenn ich dir wie geht es dir ok das lassen wir wie immer mal die jungs hier machen und hin ist es hier dürfte wahrscheinlich wieder keine schaden machen nein ich habe keinen urlaub ich bin auch am verzweifeln gerade dass alles so viel uns aber ich habe spaß alles gut ich kann morgen ein bisschen später in die arbeit er macht halt wieder keinen schaden an dem ding interessiert ihn halt gar nicht was machen wir hier wir überschießen ja weiß ich kommi äh spatiat alles möglich ja ich weiß ich habe auch schon mit ihm länger diskutiert über das thema da schießt man sich nicht zu tode danke aber danke dass du nochmal dran gedacht hast torpedos hat es habe ich jetzt vergessen einzukaufen also auch dementsprechend wahrscheinlich bomben äh modifikationen torpedos und wasserbomben wasserbomben noch nutzlos aber gut hab dich auch lieb spatiat hab dich auch lieb auch ein netter zerstörer aber eben ein zerstörer sie machen spaß man muss halt gucken mit wem man sich anlegt und mit wem nicht zu w w w w w w w